Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Star Stable Online. Heute mal wieder mit einem Pferdekauf. Es tut mir wirklich leid, dass es in letzter Zeit so selten Videos in SSO oder von SSO gibt, aber ich habe wirklich nur ganz, ganz wenig Zeit. Aber es gibt einen kleinen Lichtblick und zwar haben wir jetzt endlich meinen PC bestellt. Das heißt, irgendwann in naher Zukunft wird es auch Streams geben. Ja, wir sind heute zu dritt hier und zwar im Wald von Feargrove. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was für ein Pferd wir uns kaufen werden, beziehungsweise welche Rasse es werden wird. Jeder von uns wird sich ein Pferd kaufen. Mit dabei sind meine beiden Töchter. Sagt mal Hallo. Und ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal zu den Pferdchen hin. Ihr habt die bestimmt schon alle gesehen. Der eine oder andere hat sich vielleicht auch eins gekauft. Und ich habe mich hier für dieses Pferd entschieden. So, reitet mal zu dem Pferdchen, das ihr wollt. Wir haben uns nämlich jeder für ein anderes entschieden. Die beiden Mädels wissen auch schon den Namen. 599 Star Coins kostet der. Also ich muss dann mit meinem anderen Pferd, das ich noch kaufen wollte, noch ein Weilchen warten. Aber ja, mein Gott, ist halt einfach so. Ja, für den ersten Teil des Namens habe ich mir rausgesucht, Rainbow. Wo ist denn das? Nö. Halt. Hier. Rainbow. Und dann war ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich hatte Rainbow Flower schon. Was hatte ich noch? Ich hatte noch irgendeinen Namen. Wusste aber nicht, ob es den gibt. Also ich bin schon fertig. Ja, du bist natürlich schon fertig. Rainbow. Oh Gott. Rainbow Strawberry. Das ist immer so schwierig. Aber ich glaube, ich bleibe bei Rainbow Flower. Du bist du Rainbow Charm. Ah, nee. Ja? Gibt es eigentlich Gold? Ja, vorne gibt es schon Gold. Rainbow, Rainbow. Wo ist denn Flower? Warum finde ich das denn nicht? Oder Rainbow Dancer. Das hört sich auch gut an. Aber dann hätte ich ja schon wieder einen Hengst. Ah. Wo ist denn Flower? Feather. Flower hier. Nee, ich nehme jetzt Rainbow Flower. Fertig aus. Mein Gott, ich war diesmal ja richtig schnell. Und Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Yay. So. Dann werde ich mich jetzt mal nach Hause teleportieren. Also ihr seid auch schon fertig, habt ihr gesagt. Dann werde ich mich jetzt mal abholen lassen. Und dann gucke ich mal, was für ein Set ich dafür nehme. Weil das Set, das ist schon wieder so eine Sache. Vielleicht nehme ich auch nur das von ihr hier. Wobei ich das eigentlich bräuchte. Schwierig. Oh, da hinten steht sie. Man sieht sie schon über die Stallwände hinaus. Oh Gott. Weil meinst du in der Weide nicht weiter. Oh. Schön. Na ja, okay. Also auf jeden Fall brauche ich die Dingsbumse von ihr. Die. Und. So. Dann. Na. Jetzt hänge ich fest. So. Jetzt muss ich erst mal zu meinem Schrank. Jetzt muss ich erst mal gucken, was wir hier noch drin haben. Wahrscheinlich haben wir gar nichts drin. Und ich muss wirklich tatsächlich das andere nehmen. So. Ausrüstung vom Pferd. Was hätten wir denn im Angebot? Ah. Ja, das braune sieht gar nicht mal so gut. Nee, das sieht auch gar nicht mal so gut. Das sieht ja schon irgendwie scharf aus. Das passt total zu dem Regenbogenfarbenen. Ich bin am überlegen, ob ich das nehme. Was habe ich denn dazu für einen Sattel? Nee. Nee. Oh, doch. Der sieht gar nicht übel aus. Aber der hat nur Geschwindigkeit 2. Aber er sieht schick aus. Nee. Nee. Wo ist denn der? Da ist er. Der hat Geschwindigkeit 3 und Agilität 1. Der hätte ja auch irgendwas, ne? Also ich hätte den braunen. Und den ganz bunten im Angebot. Was hätten wir denn für eine Satteldecke zu dem ganz bunten? Vielleicht das blaue hier. Das blaue wäre schon nicht schlecht. Ich wollte mir auch mal noch die Satteldecke holen aus dem Dinotal. Nee. Nee. Ach, das ist alles nix. Oh Gott. Ich hätte aber mal gern was anderes, ne? Ich hätte nicht immer gern nur das gleiche. Das hier wäre auch nicht schlecht. Aber es soll ja immer auch stehen, wenn er dann quasi normale Farbe hat. Oh, weil der Lysen-Championat. Wenn sie. Das ist ja eine sie. Oh mein Gott. Ich komme schon wieder durcheinander mit sie und er und er und sie. Die haben aber auch nix an, was ich gern haben würde. Eigentlich würde ich ja gern irgendwas ganz anderes haben, ne? Und was hat... Wird das stehen? Ich auch nicht. Ich schon. Also das, was ich gern hätte, das gibt's nicht. Wo ist denn jetzt hier? Hallo? Kann ich nicht. Ah, jetzt gar nicht. So, ich könnte höchstens hier das hier auf sie drauf machen, ne? Hm. Der Sattel und das alles. Mal gucken, wie das auf ihr aussieht. Nee, jetzt muss ich es zuerst mal hier in meine Dingsbums reinmachen. Die Hufeisen könnte ich ja jetzt schon mal drauf machen, ne? Oh Gott, wie schön. So. So. Jetzt. Ja, das könnte man schon zur Not jetzt erst mal drauf lassen. Ich habe ja schon eine Idee, was ich eigentlich gern drauf hätte auf ihr. Das habe ich ja hier irgendwo drin, oder? Nee, das habe ich hier noch dabei. Das hier. Das hätte ich gern drauf auf ihr, aber da kostet der Sattel noch so viel. Da habe ich aktuell nicht genug Mani dafür. Ja. Und dann mal gucken, was ich noch so sehe. Weil bei den Dingen habe ich noch gar nicht geguckt. In Dandal bei den Ständen. Da wird bestimmt auch was Gutes dabei sein. Aber... Ja. Naja. Ich gucke einfach mal. Vielleicht gefällt mir was, was dir nicht gefällt. So, ich bin da. Wo? Ähm, in Moorland. Oh. Ich komme. Schick. Ui. Oh, der Alina ist es auch total schick. Wo bist du? Ich stehe hier. Wo bist du? Also, deins ist auch total schick. Oh. Ich bin auch da. Ah ja, ich sehe dich da hinten. Auch schön. Oh, schick, schick, schick. Gut, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht hier noch die Rennen. Oh, ist gar nicht so langsam, würde ich sagen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch der direkte Vergleich. Weil Crazy hat ja eine ziemlich, ziemlich schlechte Smiley-Quote in letzter Zeit. Drei, zwei, eins, los. Ab geht's. Ich bin ja noch nie so ein großes Pferd hier geritten in SSO. Das waren ja immer nur kleine. Oh, aber ich finde die Farbe toll. Das Grau, das ist einfach richtig cool. Oh, liegt auch gut in der Kurve, muss man sagen. Oh mein Gott, mein Internet ist heute schlecht. Aber, ey, das ist richtig schnell hier. Ja, krass. Nein. Bist du hängen geblieben? Ja, ich, 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 ich mach das einfach irgendwann anders. Ich fang jetzt nicht nochmal von vorne an. Aber das ist richtig schnell, finde ich. Für das, dass es eigentlich keine Werte hat, ist es richtig schnell. Aber man sollte halt auch nie vergessen, dass die anderen auf Geschwindigkeit auch keinen Wert haben, ne? Die anderen Pferde, wo man kauft, sind auf Geschwindigkeit auch alle auf Null. Und was noch? Auf Disziplin, oder? Ja. Ja. Die haben auch alle auf Geschwindigkeit und, oder Ausdauer. Ne, Disziplin, ich weiß es nicht mehr. Ist ja egal, aber die sind auf Geschwindigkeit ja immer das Gleiche eigentlich. So. Da sind wir auch schon direkt Level 2. Dann machen wir jetzt bei der Tan noch weiter. Seid ihr beide da? Ja, jetzt, ne? 3, 2, 1, los! Oh, ist richtig flott, finde ich. Was sagt ihr da dazu? Ich bin zu schnell. Schon, gell? Level 1 am Pferd. Ja, meins hat jetzt schon Level 2 dazu gekriegt. Ja, meins nicht, weil ich ja eben nicht fertig geworden bin. Wir können ja auch irgendwie einführen, dass wir an einem Tag in der Woche abends so Level-Ritte machen. Also Freitag oder Samstag, wenn ihr auch keine Schule am nächsten Tag habt. Als Streams? Nee, jetzt erstmal bloß als Video, bis ich streamen kann. Ach so, ja. Dann später als Streams. So, jetzt kommt die so 4 dran. 3, 2, 1, los! Wir könnten auch noch nach Vorpinta reiten, wenn ihr Lust habt. Ja. 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 Meine Güte, so ein schnelles Pferd habe ich schon lange übergabt. Ich finde auch die Animation wirklich super. Also, das drüberspringen und so, das gefällt mir ja ganz gut. Und Isländer. Mhm. Hä? Äh, Shire. Aisha. Ja, irgendwann lege ich mir auch noch andere Pferde zu, aber ich muss erst wieder sparen. Und dann kommen wieder neue Pferde und dann muss ich die anderen wieder verschieben und... Kann ich auch noch in verwandelter Form zeigen? Mhm. Mal gucken, ja. Genau. So, jetzt gehen wir aber erst mal nach... Mal weg, da meine Güte. Huch. Oh, die sehen toll aus. Die sehen richtig, richtig schön. Bei mir passen die rosa Schleifen voll gut dazu und es gelb. Ja, irgendwann werde ich hier für sie bestimmt auch noch was kaufen an Deko, sage ich jetzt mal. Aber aktuell brauche ich dann erst mal ein neues Set. Irgendwas, wo mich super umhaut, wo ich total cool finde für sie hier. Ja. Ich würde mich mal für, äh, über neue Klamotten und für halt die Pferde was Neues freuen. Ja, aber was wohl nicht so teuer ist. Ich meine, ich habe jetzt bloß von dem neuen Stirnband da gehört, aber ich habe halt auch gehört, dass es ziemlich teuer sein soll. Und das, was man da mit den neuen Star-Coins Preise da gesehen hat, die eventuell irgendwie kommen sollen, eine Rolle spielen, wie auch immer, das finde ich schon ein bisschen übertrieben und heftig. Also ganz ehrlich, wenn die wirklich mal so viel kosten, dann kriegen meine Kinder keine Star-Coins mehr zu dem Preis. Weil sich das einfach nicht rentiert. Dann müssen sie halt sparen und warten. Ganz ehrlich. So. Drei, zwei, eins, los! Oh ja, die ist ja heute auch wieder, gell? Mama, wo gibt's die Stirnbänder denn? Äh, keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass die ins Spiel gekommen sind und dass die eigentlich schon recht gesalzene Preise haben sollen. Könnte sein, dass die vielleicht den Dandal gibt. Muss man mal gucken. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur gehört, dass es welche gibt. Und dass die... Was? Ich glaube, die sind in der 4-Grow. Kann auch sein, ja. Aber das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich mir jetzt primär gewünscht hätte. So. Könnten wir vielleicht sogar ein Level abschaffen jetzt. Muss man gucken, was es für Blumen gibt in Golden Hills. Gibt's die ganzen Blumen, ne? Ähm. Weiß ich nicht. Glaub schon. Da gibt's die ganzen... Oder nee, nicht Golden Hills in... Wie heißt das Ding, was da noch mit dabei ist? Westkap Fischerdorf. Da. Muss ich mal gucken, was es für Blumen gibt. Aber wie gesagt, ich will jetzt erstmal hier ein neues Set haben. Ich habe, glaube ich, schon mal irgendwo was Graues gesehen gehabt, aber... Ich weiß nicht mal wo. Das musste ich erstmal finden. Ich meine, das ist voll langsam. Ähm. Echt? Ne, ich find's voll schnell. Hast du die Hufeisen drauf? Ja. Wie ist denn die Ausrüstung? Ähm. Ähm. Nicht so gut. Ja. Okay. Ja, gut. Dann liegt's an der. Ich würd sagen, wir reiten jetzt in Richtung Silverglade und da müsste sie sich doch eigentlich verwandeln, oder? Ja. Dann könnte man so langsam nebeneinander her reiten, damit man gleichzeitig sieht, wenn sich alle drei verwandeln. Ja. 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 Das sah doch cool aus. So, dann bleiben wir hier nochmal stehen. So sehen sie dann also quasi in verwandeltem Zustand aus. Sehr, sehr hübsch. Die gucken manchmal so ein bisschen so, äh. Aber ich würde sagen, das war es dann auch für diese Folge vom Pferdekauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr euch vielleicht für eins gekauft habt oder ob sie euch vielleicht überhaupt nicht gefallen. Ob ihr vielleicht auch eins von den alten habt und die schöner findet. Egal, ob es von den Shire-Modellen oder von den Islandern ist. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.